noch ein paar Sturmwüster sind aber für uns kein Problem ach der lebt noch. ich dachte du wärst daut. aber jetzt scheinst du tot zu sein brustzelt ach hier unten ist was leben noch alle sozusagen unseren hauptgruppen am besten direkt hin klingt auch interessant wir müssen aber gucken welchen weg der nimmt damit wir uns gleich da unten treffen können das beeilt ihr euch ah manns lehrling. ach guck mal da sind es alle das heißt wir haben hier gleich gesellschaft oh mein gott wir hatten vorher mal hier ein bisschen magie einsetzen wo 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 wo, gehen wir noch hin? nice bevor nämlich der hier niedergestreckt wird lässt alle auf einen ich müsste den hier auch wieder beleben wieder jawoll noch mehr magie oh jungs könnt ihr mir helfen? scheint so super super herrlich, herrlich, herrlich feldbebe oh da sind noch mehr krieger haupthaus es leben noch alle ja wola so ist das schön so mit dir soll ich sprechen wohl ja ja flamme ein mensch was treibt ihr denn hier? ich suche die armee der zwerge aber das gleiche könnte ich euch auch fragen wir sind der letzte außenposten den der bund ihr noch habt die zwerge sind gegen die eiskönigin und ihre bestien gezogen der tarn und seine armee sind im norden eingeschlossen soweit ich weiß wir sollten ein paar reiter nach Norden schicken wenn sie die zwerge erreichen können wir unser vorgehen abstimmen so wo kriege ich denn jetzt mein ganzes material her? scheint hier unten wohl her oder? jawoll müssen wir uns mal hier unten drum kümmern aber ich habe eine andere sache wir können uns ja hier oben niederlassen oder wir machen einfach Antacke hier hin wir können uns erstmal hier drum wir können uns hier bauen und hier erstmal arbeiten so Jungs alles was ihr hier findet aber erstmal hier drüber schauen hier ist nichts wir müssen glaube ich die Eingänge sichern auf jeden Fall der eine Felsenturm ist gleich schon oh 3 schon verloren meine Güte alle durch diesen Turm hier haltet noch lange durch dann haben wir den auch geschafft Silber haben wir hier und wir haben noch ein bisschen Stein aber nur ein bisschen hier oben sind noch mehr Bestien meine Güte müssen wir uns direkt drum kümmern aber so Jungs wir brauchen hier hinten eine Schmelze dann macht man eben einen Tau dann steht tatsächlich eine Zeit darum kümmern ok Jungs geht mal eben hier helfen jawoll niedergestreckt ist hier noch was hier ist nichts mehr gut wir versammeln uns erstmal hier unten gut hier müssen wir gleich hin aber wir sollten uns erstmal hier drum kümmern zu arbeiten sondern eine Steinschmelze so Törchen öffnen können wir noch pro Krieger und dann holen wir uns mal hier noch Zwergenerweiterung 300 Stein und ich könnte euch noch hier anschließen vielleicht steht da noch hier hinten hin dann brauchen wir nochmal hier so 1 2 3 4 5 Pfandwerker und genug Häuser 11 Erweiterung das wird noch hier bestimmt wunderbar sein einen Bauernhof platzieren wir hier hin ich würde nämlich sagen sobald wir hier nämlich ein bisschen erschaffen haben werden wir uns da unten hin verglichen da wo wir gerade hier ein bisschen Platz geschaffen haben weil hier sind Fiki viel Materialien noch 5000 ne hier war das hier ist noch 9er 10er und da haben wir ja mal eben mit den Riesen mal eben Platz geschaffen so hier ist noch ein Bauernhof dann am besten eine Pappnase mitnehmen 2 3 2 3 Untertitelung des ZDF, 2020